wie man bei mir sieht 16 pakete habe ich in meiner sammlung habe wie viel hast du 10 10 reicht alles unguro oder standard dinge mix doch alles und durch nichts ich habe 8 unguro und 8 standard ich werde glaube ich alle 8 unguro öffnen und zwei von den standard sieben normale zwei und ganz wild also zehn pakete werden wir öffnen wir schreiben mit wie viel seltene goldene epische und legendäre karten wir ziehen und gucken ob was dabei ist ich habe richtig gutes gefühl bei mir richtig bei mir ich glaube ich ziehe heute eine quest wo eine quest siehst du ne glaub ich nicht ich setze dagegen glaubst du nicht gut wollen wir loslegen ja gerne ich fange mit meinen standard paketen an ich fange mit unguro von oben nach unten auf geht's ich finde immer noch blizzard sollte dazu schreiben ob man die schon hat oder nicht kommt dass ich zwar eben karten chaos karten ja weil es mir immer wieder auffällt die bringe ab und zu mal kleinere updates und immer wieder auch das wird gefixt und das wird verbessert und das und hier und da aber da so ein kleines symbol dran zu machen so neu oder irgend so was ja kann schon manchmal helfen stimmt das ist glaube ich bei jugio habe ich auf meinem handy jetzt kommt es ist einfach weil ich spiele da steht das auch mal wenn du pakete öffnet dann steht da immer neu dran finde ich sehr praktisch ja weiter geht es zweite paket hier muss ja auch noch nix drin sein das sind ja die standard dinger nur eine seltene zwei seltene und eine goldene seltene gold selten bringt zwei striche einmal bei selten und einmal bei gold heiliges feuer verursacht fünf schaden stellt bei eurem helden fünf leben wieder her das ist ganz nett weil das benutze ich in meinem aktuellen priester deck das hast du ja aber nicht in gold so weiter geht es ich wechsle zu ungoro nicht zu standard da hole ich jetzt die quest raus pack 3 ja das blitzt schon so da ist bestimmt das quest drin und zwei seltene aber da ist der böse dieses bösartige jungtier drin immer wieder mutiert wenn es hellen angreift ja sie sind mit also die die ist echt stark ja wenn du die einmal ausspiel also wenn du einmal angreifen darfst dann ja ja weil da geht es nummero 4 so viele seltene eine seltene aber hier ist ich habe so wenig unguro bisher aufgemacht da sind bestimmt alle die frau ja alle noch so nix pack nummero 5 ach nee jetzt wird auch nicht besser ja eine seltene ja irgendwas nett ist dabei nicht so richtig halbzeit halbzeit machen wir weiter japan nummero 6 wie der namen seltene episch was zwei epische ja zwei epische dinomantie eure hellen fähigkeit wird zu verleiht einem wildtier plus zwei plus zwei die ist auch richtig stark finden ja und die kostet auch nur zwei und stampede erhaltet in diesem zug jedes mal ein zufälliges wildtier auf die hand wenn ihr ein wildtier ausspielt sind beide ganz gut wenn da so ein paar netzweber oder sowas rausknallt jetzt kannst du ein richtig schönes jägerdeck jetzt fehlt nur die jägerquest und dann ja die kommt er jetzt aber die kommt erst im letzten pack okay wir haben noch vier also nummer sieben wird jetzt aufgemacht noch eine epische ich habe jetzt eine irische in gold meine seltene die jetzt dabei war war in bernstein gefangen das ist diese acht mana karte entdeckt ein diener ja mindestens acht kostet und ruft ihn herbei finde ich ganz cool ist voll gut nur es werden die kampfschreien nicht ausgelöst ja ist doch egal wenn du einen mit tools rücken erwischt ist es trotzdem immer noch gut ja ja sowas ist gut oder sowieso so ein permanenter effekt oder du kannst vielleicht die auch noch mal auf die hand berufen im besten fall die letzten drei selten selten gold du hast mehr glück als ich aber da muss ja jetzt der leggi kommen ja glück ist relativ ne also im gegensatz zu sonst was ich sonst so ziehe ist es schon echt mauer heute ich schüttel die ganze zeit meinen kartenpackung bis du sagst öffnen wieder eine seltene da auch nur eine seltene jetzt pass auf letzte karte die letzte paket ja ja was hast du schon aufgemacht oder was ne 3 2 1 und auf langweilig die seltene hatte ich gerade im paket davor da muss man ja fast noch ein paket aufmachen aber ich habe zweimal den bewachsenen langhals drin in dem paket ja eins würde ich noch aber das dann bei mir ein standard paket ja komm dann ich möchte jetzt nicht mein glück für leggi im standard paket aufbrauchen aber ich mache es trotzdem muss man mal gucken ne da ist jetzt ein leggi drin ähm ne das ist nur eine seltene warum machst du ihn schon vor mir auf weil ich ganz schneller bin ganz schnell hast du schon auf ne immer noch nicht ja doch ne seltene ne es wird heute nix also guck mal eben so 185 staub habe ich gemacht alles klar obwohl naja vielleicht waren es nur 100 ich hatte vorher noch so ein bisschen staub mal angesammelt aus arena kämpfen aber den null ich trotzdem mal herstellen ich habe jetzt übrigens 3105 160 staub du hast immer mehr staub als ich ja ich möchte ich möchte halt immer mal gucken also ich werde das in irgendein leggi investieren und jetzt mit der oder dann wenn die neue änderung kommt kannst du die auch nicht mehr doppelt haben ne ja leider du hast ja jetzt auch dein oh Gott wie hieß der jetzt den vom priest du hast ja auch doppelt glaube ich mhm kannst du den dann immer noch doppelt haben ne wenn du wenn du alle hast dann kannst du die wieder doppelt haben wie wenn du alle hast in den in den news war die haben angekündigt dass ähm also so ein timer ich weiß aber jetzt nicht nach wie viel packs im schnitt ähm kriegst du ein leggi ja und den leggi das wird immer einer sein den du noch nicht besitzt okay also du kannst jetzt erstmal nicht drauf hoffen dass du viel staub machst durch irgendwie doppelt leggi oder sowas ja eh meistens vorher ging und der vorteil ist halt du kannst jetzt mit dem staub aber dann einen leggi kräften und der kommt danach auch nicht mehr in den paketen ja ok ähm was ist wenn man zwei leggi also ein leggi schon mal doppelt macht wie ja wie zum beispiel deiner ich brauchst nicht ja doppelt ja den hab ich ja direkt äh staub ne das passiert jetzt so lange bei den packs bis du alle leggi's hast sonst kommt halt immer der den du noch nicht hast ist ja blöd ja grundsätzlich um die leggi's voll zu bekommen ist ganz cool aber halt das an staub rankommen wird ein bisschen schwieriger ne ja stimmt gut wir sind durch wollen wir mal äh durchzählen ja sag mal ja äh selten hab ich 13 ich hab 12 gold hab ich 1 ich hab 2 episch hab ich 2 ich auch und leggi ja die striche kann ich gar nicht alle zählen hier ja ist so war eine handvoll ungefähr ja hat sich wieder tierisch gelohnt meine packs sind eigentlich zur hälfte über die hälfte sind aus arena laufen ja spielst du immer ganz fleißig fleißig aber nicht erfolgreich wenn man mal in meine statistik guckt ne warte mal kann ich hier nicht irgendwo sehen wie hoch der hier siege 6 ist mein bester arena lauf warte nein siege insgesamt ach wo sieht man das quest ja oder bei arena einfach auf das symbol gehen ach 5 ich hab 5 ja und siege insgesamt 20 da hab ich 50 ja siehst du das schon logisch so wie viel stufen insgesamt bist du wahrscheinlich locker bei boah 400 oder so stufen insgesamt ne 303 boah hör mal bin ich so relativ knapp bei dir dran ja aber ich spiel auch fast nur priester ne den hab ich halt auf 60 ja gut das stimmt bei mir ist ja alles relativ ausgeglichen ich hab halt zugesehen dass ich alle über 20 kriege so wollen wir schluss machen äh ja nicht zu viel strecken ich weiß ja wir sehen uns wieder am samstag wahrscheinlich ja geh ich auch von aus neues kartenchaos alles klar bis dahin tschüss